Jo moin Leute, herzlich willkommen zu Formel 3 Saison 20-24 mit den Predictions, mit dem Qualifying aus Bahrain. Los geht's. Heute um 14 Uhr live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Von der Post startet Sophia Flörsch. Herzlichen Glückwunsch. Von der 2 geht ins Rennen Oliver Goethe. Von der 3 startet Tazanapol in Trapufasac. Von der 4 startet Charlie Wurz. Und 5 auf den Plätzen. 5 und 6 starten Laurenz van Hoopen und Kaspar Zuka. So, das war's von den Qualifying Predictions der Formel 3 aus Bahrain für die Saison 20-23-24. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen sagt gewesen. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann. Good Ways. Ciao. Good Ways. Good Ways. Good Ways. Good Ways. Good Ways. Good Ways. Vielen Dank.